Mitten aus dem Leben. Heute Werbepause. Hallo, hier spricht Günther Kaiser vom Autohaus Kaiser.de. Hu hey, wir feiern Jubiläum. Das Autohaus Kaiser wird 20 Jahre alt. Und schon seit 20 Jahren stehen wir für Lebenslust, Lifestyle und Emotionen. Wir haben schon so viele Kunden glücklich gemacht. Denn ein Auto ist nicht nur ein Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Ausdruck der Persönlichkeit. Um Ihnen etwas von meiner Jubiläumsfeierlichkeit mitzugeben, schenken wir Ihnen am 25.06. zu Ihrem Neuwagenkauf noch einen hochqualitativen und schicken Lederbezug für die Sitze. Und jetzt möchte ich gerne für Sie singen. Autokaiser.de Ach nein! Oh, 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 du bist so heiß wie ein Vulkan. Oh, 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 ich glaub, ich verbrenne mich daran. Autokaiser.de 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 Ist für dich immer da. Autokaiser.de Auch in der Nacht. Autokaiser.de Autokaiser.de